Man hat einen Experimentierkasten, einen Elektronikkasten, einen Chemiekasten. Man hat ein Teleskop, um in den Weltraum zu gucken. Und das war das, was mich als Kind immer gereizt hat. Und dann liest man so Geschichten über Einstein und über all diese wilden Physiker, die die Quantenmechanik vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Das hat mich irgendwie total fasziniert. Und von da an stand mein Berufswunsch fest, ich will Physikprofessor werden. Mein Name ist Christian Holm. Ich arbeite seit 2009 hier an der Universität Stuttgart und bin Leiter des Instituts für Computerphysik. Die einfachen Probleme in der Physik sind heutzutage im Prinzip alle gelöst worden. Und wenn wir uns angucken, wie wir komplexere Probleme lösen können, dann müssen wir halt verschiedenste Methodiken anwenden. Und die Computerphysik erlaubt uns jetzt eben, auf dem Computer bestimmte Algorithmen, bestimmte Vorstellungen der Wirklichkeit abzubilden und zu gucken, was für Ergebnisse wir daraus entwickeln können. Ich denke, dass wir einen sehr tiefen Zugang zur Simulationstechnik in der Physik gefunden haben. Wir haben zum Beispiel auch ein eigenes Computerprogramm entwickelt. Und mit diesem Programm versuchen wir, Physik zu machen. Das heißt, grundlegende Erkenntnisse zu gewinnen, die man sonst vielleicht im Experiment, aber auch in der rein analytischen Arbeit nicht gewinnen kann. Wir arbeiten in einem sehr interdisziplinären Umfeld, also nicht nur mit Physikern zusammen, sondern auch Dozenten Chemiker oder Biologen involviert. Das Besondere an unserer Arbeitsgruppe ist, dass wir selber Algorithmen entwickeln müssen. Man darf sich das jetzt nicht nur so vorstellen, dass wir den Computer als reines Arbeitsmittel benutzen, sondern es ist auch, würde ich sagen, eine Kunst, eben mit dem Computer Physik zu machen. Das ist auch, würde ich sagen, eine Kunst, eben mit Physik zu machen.